Wie viel wird jährlich in der Schweiz vererbt? 9,5 Milliarden. 9,5 Milliarden. 9,5 Milliarden. Ich würde sagen, es sind 9,5 Milliarden. Wie gesagt, 950 Milliarden? Nein. 95 Milliarden. Soll ich es aufdecken? Vielleicht über... Ah, wirklich? 80 Milliarden Erben. Das ist unglaublich. 95 Milliarden. Ich denke, dass ihr nichts habt. Wie viele Prozent von diesen 95 Milliarden wird jährlich an eine gemeinnützige Organisation weitergeben? Das ist sicher wenig, das weiss ich. 15 Prozent. Die kleinen Valkulori, die 1 Prozent sind. 4,5,6... 5,6... Sofie! 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 Drei. Was? Der ist ja noch leer, der fasst dort auf. Eine Schande. Ja, Schande, ich finde es eine Schande. Wir haben keine Kinder. Und wir haben es ganz sehr bei mir so gemeinnützige Sachen geliefert. Ja, wir spenden jedes Jahr an verschiedene Institutionen. Ich finde, immer wenn ich den Leuten helfen kann, macht es mich glücklich, also wenn ich sie dann glücklich sehe. Das sind die Worte, die wir tun, die wir tun, und die wir tun, die wir tun. Das ist die Ecologie und das, dass wir alle sehr frangeln sind, dass wir alle sehr liegte. Wenn das nicht bei uns geht, das nicht bei uns geht bei uns. Wir sehen uns, was passiert in Afrika, wir sehen uns, was passiert in Ukraine. Wir sind alle sehr interdämpend, uns das andere. Wir sehen uns, was wir tun, ob wir es nicht bei uns. Wir sehen uns, was wir müssen. Eine Menge Ömerbeiget must ich . Musik Mohart Schwe